ja hallo zusammen hier ist der david aus dem team aviation training von der eisenschmidt in egesbach und heute möchte ich euch in diesem video unser erstes produkt von der pilots first line vorstellen wie erkennen könnt handelt es sich um ein headset und ja so was haben wir wir haben also einmal die bedienungsanleitung zu dem headset das hier was ich euch heute vorstellen ist das headset bravo es gibt es auch als charlie also das headset bravo gibt es in den farben grau und rosa das ist für erwachsene und das headset charlie gibt es in rosa orange blau und gelb und das ist für kinder an sich ist es ein einsteiger headset das heißt wenn ihr vielleicht eure lizenz erwerben wollt und fangt damit an dann funktioniert das was haben wir hier noch wir haben einmal hier den headset back von der dfs pilot line sofern ihr noch kein headset habt bzw headset back habt könnt ihr den mit erwärmen ihr könnt das headset aber auch einzeln erwärmen der headset back an sich ist auch ganz praktisch wie ihr seht hat ein paar innentaschen die damit kommen und ansonsten ist im paket enthalten einmal wie gesagt das headset und dann haben wir hier noch 3,5 mm audio stecker genau ja woraus besteht das headset ganz üblicherweise aus den kaschens das sind schaumstoff kaschens sie sind aber sehr bequem und hier oben das headband besteht aus gel kaschens dann haben wir den volume control haben wir also hier einmal zwei drehregler das heißt ihr könnt beide ohrmuscheln könnt ihr separat steuern das ist sehr praktisch und wir haben hier vorne eine öffnung wo diese 3,5 mm audio steckerei kommt das könnt ihr einfach nutzen wenn ihr mal musik hören wollt im flieger oder ein passagier habt ihr einfach musik hören möchte genau dann was ganz interessantes an dem headset finde ich wir haben den mikrofon bügel natürlich mit dem schaumstoff schutz und wir wahrscheinlich auch hören könnt jetzt über das mikrofon wir haben hier so ein klack effekt das heißt wenn wir das nach vorne kippen würde das klicken und das finde ich einen relativ großen vorteil weil das heißt wenn jemand mit der hand dagegen kommt würde der bügel nicht automatisch einfach verrutschen ich ziehe es jetzt mal kurz an damit ihr es auch mal an der person sehen könnt also sehe ich dann von vorne aus von der seite und ja lässt sich gut verstellen genau also der mikrofon bügel an sich ist nicht zu schwer zu verstellen rutscht aber auch nicht einfach automatisch aus der position und ihr könnt den bügel natürlich auch selber aber beziehungsweise separat noch mal verbiegen abseits von der vertikalen position genau also wie schon erwähnt wir haben einmal das headset dann haben wir den audiostecker im paket und natürlich auch noch eine bedienungsanleitung in der ihr auch diverse dinge finden können auch zubehör etc genau das soviel im prinzip gibt es zu dem headset zu sagen wie gesagt ist ein einsteigermodell und ihr könnt das bei uns natürlich im shop erwerben entweder als einzelgerät oder zusammen als bundle mit dem headset back von der dfs pilot ein danke fürs zuschauen